Abteilung im Arbeitstempo Galopp, Marsch! Abteilung im Arbeitstempo Trab, Anfang, calk. Oh, was hat der denn? Böckertchen, jetzt schon ein Gentleman. Wollen sie zu wärm fest heute? Oder die anderen sind zu schnell? Durchparieren zum Traben und an die Abteilung hinten anschließen. Das zweite Band, der James, wird auch einmal antraben und den nächsten Ekeling Galopp entwickeln. Ein bisschen mehr. Der andere ist halt ein bisschen wild. Den darfst du nicht gucken. Der ist immer wild in jedem Retterwettbewerb. Ja, der macht immer scheiße. Ja. 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 Ja.